So, hallo, ich begrüße euch zu mal wieder Things. Ganz kurze Folge, also wirklich ganz kurze Folge, ich habe kaum Zeit. Aber wir nehmen ganz schnell eine Folge auf. Wir gucken uns einfach Brunenturnal Fortress an, ich hoffe das ist kein langes Level. Ich habe keine Ahnung. Und wenn es ein langes Level ist, dann müssen wir halt zwischendrin abbrechen. Ich habe maximal 25 Minuten Zeit. Mehr kann ich nicht rausholen. Mehr kann ich nicht rausholen. Okay. Halt right there, nobody is allowed in this Fortress. Or else we will delete your post on behalf of... So, das halte ich davon. Okay, du warst ein Chuck. Ja, habe ich verstanden. Okay, kann ich dich auf den Springen oder... Ah, doch, kann ich. War kein Chuck, es war irgendwas anderes. Okay, aber das fühlt sich dann doch ein bisschen an, als wäre das ein längeres Level. Hä, 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 hä. Jo, wa... Hä? Dass die so erst nach vorne geht, ist interessant. Was soll ich denn da machen? Ich muss das drücken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, oder was? Ach, du Schande. Das ist vielleicht nicht das richtige Level für jetzt. Das scheint mir etwas länger zu werden. Okay, aber vielleicht kommen wir bis zum Midway Point. Oh, ich habe die Maus noch im... Hä? Oh, äh, da... Da ist noch mein Chrome im Hintergrund. Von... Von... Dings... Dingsl. Von... Von hier Wördel. Upsi. Zum Glück im Hintergrund. Huch! Das wäre jetzt ja blöd geworden. Na? Hat da aber irgendwas, oder? So ein grauer Hintergrund. Ah. Sorry. Na, okay. Wir kommen der Sache näher. Shit. Ach, komm schon. Nein. Ich will doch noch wissen, wie es weitergeht. Ah. Jetzt vielleicht... Wir sehen einfach noch nicht, wie es weitergeht. Ah, es ist uns immer noch nicht vergönnt zu sehen, wie es weitergeht. Okay. Ja, aber... Wie... Wenn ich die einfach berühre, landet die passend da unten? Müsste ja, ne? Die müsste eigentlich passend da unten landen. Anders... Und das kann es ja gar nicht gehen. Also, dass ich dann auf der gelben landen kann. Ah, da ist es... Mit Zeitruckspielen ist halt auch nochmal das zusätzliche Problem. Aber ich dachte so, hey, wir brauchen mal wieder einen Part. Ich nehme die ganze Zeit nur... Vor allem, jetzt habe ich halt bei Nördel und Wördel und so viele Varianten mittlerweile, dass es wirklich eine kompletten Aufnahme braucht, um ein... Also, ne? Dass an einem Tag schon eine komplette Aufnahme davon entsteht. Was ein bisschen ungünstig ist. Habt ihr selber gemerkt. Sonst war das halt so, ja, ich nehme mal drei Tage hintereinander so ein bisschen Wördel und Nördel. So ein bisschen Wördel und Nördel. Aber das Ding fällt noch langsamer als ich. Wie mache ich denn das da drüben? Hilfe. Gib mir Indikatoren. Was soll ich tun? Oh je. Da muss ich rausprobieren, was ich tun muss. Rausprobieren, ja. Rausfinden. Eieieiei. Die Frage ist auch, ob ich den Anfang... Aber ich wüsste nicht, wie ich den Anfang anders machen soll. Also, den Anfang wüsste ich echt nicht, wie der anders gehen könnte. Das wird schon so... Okay, doch, das haut hin. Ach Gott, ach Gott. Shit. Schlecht, dass das so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Ah. Okay. Und dann kommt da einer raus. Okay, aha. Das heißt, die Wachmänner helfen mir am Ende sogar. Die Wachmänner, die mich aufhalten wollen, helfen mir. Das ist... Ironisch. Irgendwo. Nein, ich darf die nicht in die Hand nehmen. Ich muss die kicken. Dafür muss ich kurz von der Taste runter. Was natürlich meine Physik ändert beim Fliegen. Oder halt in der Luft. Ich fliege ja nicht. Ich springe ja nur sehr hoch. Ah. Nein. Nein. Ah. Okay. Da ist immerhin dann die erste Bünste, die mir einen Indikator gibt. Das ist doch schon mal was. Okay. So, und jetzt dann auf den. Und ich weiß nicht, warum ich einen Spinjump gemacht habe. Aber dann geht es da weiter. Okay. Also, wir ernähren uns wieder langsam, aber stetig. Ah, Mist. Mist. Ah. Nein. Aber die Musik ist cool. Auch wenn sie, glaube ich, ein relativ kurzer Loop ist. Aber sie ist cool. Pfff. Pfff. Ah. Okay. Wir waren schon ein Schrittchen weiter. Da muss ich dann mit der Shell halt unter den On-Off kommen. Dann gucken, wie es weitergeht. Viel zu weit. Da muss ich dann mit der Shell unter den On-Off kommen. Dann gucken, wie es weitergeht. Nein. Nichts. Ah. Ja. 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 Es ist ja. 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 Oh, das ist eine... Dings... Oh Gott. Mama, wohin? Öh. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, dass der geblinkt hat. Nein. Ich gehe dann da drauf und dann... What? Dann muss ich den irgendwie erwischen. Ach, scheiße. Dann muss ich den irgendwie erwischen. Nein, zu hoch. Äh, zu hoch. Zu schnell nach rechts. Ah, schon wieder. Nein. Ist. Ja, so nicht. Ach, komm. Nein, jetzt mache ich den Anfang wieder falsch. Ach, komm. Nein. Schade. So Nee Was muss ich da tun? Kann ich die Shell wieder fangen? Ich hab grad nicht Ich glaub ich kann die Shell wieder fangen Oh Muss ich die Shell wieder fangen Und dann mit den Shellchamp nochmal da drüber Irgendwie Das wär denkbar Die zerstört sich da oben ja nicht Ja die zerstört sich da ja nicht Ja das wär glaub ich denkbar Muss ich da mal richtig schnell handeln Scheiße Nein Aber dann haben wir in dem Part auf jeden Fall Selbst wenn wir jetzt nicht zum Midway kommen sollten Haben wir auf jeden Fall schon mal was gelernt Also Ja Nein Aber noch haben wir ein bisschen Zeit Bisschen Zeit ist noch In 10 Minuten kann viel passieren Scheiße Die darf ich nicht fallen lassen Ah Nein Ja Okay Ja Und dann noch vor hochschmeißen Ich glaub das ist genau Ich glaub genau die Geschwindigkeit brauche ich Ich glaub ich muss das sofort weiter Ich darf da nicht warten Ja Oh mein Gott Genauso Er darf dann aber gerne danach der Midway kommen Oh Da kommt ein normaler Blauer ne Der dürfte dann Weiß ich nicht was der ist Wenn wir feststellen Ach scheiße Scheiße So Oh Bruder Nein Aber ich find's cool wie viel wir schon rausgefunden haben Was man alles tun muss Ach man Ah oha Wie weit Ach Mist Nein Ich hab die Stelle nicht mehr gefangen Ach jetzt Mensch Ach nicht diesen Nein Okay Okay da ist eine tür wir hätten es gerade haben können nein da ist eine fricking tür mist ich warte man das war nur eine kleine lücke wir hätten es gerade haben können da ist eine tür dahinter ist hundertprozentig mit hoffentlich hundertprozentig kann ich nicht sagen also wenn es kein midway ist es zumindest ein ein automatischer selbst er machte dieses selbst wenn man irgendwo in den neuen raum ist und so das ist ja auch passend kommt dass wir so schön wenn wir das in dem part noch schaffen würden shit mir läuft zeit davon nein lebt doch nicht selbst Als ihr wissen wollt, warum ich wirklich ein exaktes Zeitfenster habe, weil ich in die Schule muss Also es hat gerade draußen gestürmt Ich bin ein bisschen eher wach geworden, aber ich dachte, dann kann ich auch aufnehmen Aber ich muss halt Also, ne Mich dann für Schule richten und so Da ist leider ein festes Zeitfenster vorgegeben Mein paar Minuten kann ich noch rausholen, so Muss ja nicht unbedingt eine halbe Stunde vor Unterricht dort sein, aber Ja, man sollte es jetzt nicht drauf ankommen lassen Vor allem, weil ich auch erstmal eine Strecke mit dem Auto zu fahren habe Und gerade wenn es stürmt, könnte das länger dauern Als normal, da sollte ich auch ein bisschen Zeit einplanen So Nein Ah Mann, da drüben ist alles Da drüben ist alles fertig Ich muss nur die scheiß Tür kommen Scheiße Scheiße Mist Und ich komme halt konstant leider nicht durch Ich komme schon recht gut durch Aber halt Ja Ne Gibt noch zu viele Stellen Also hier gibt es jetzt eigentlich nicht so die eine Problemstelle Sondern es sind viele Stellen Bei denen ich recht oft sterbe Nein 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 Nein, ich glaube das machen wir im nächsten Part in Ruhe Ich glaube das machen wir im nächsten Part in Ruhe Das jetzt zu forcieren Bringt nix Wir haben fast die Also wir waren ja fast schon dort Ich glaube das geht dem nächsten Part dann am Anfang recht fix Okay Nein Oh So close Das war nochmal ein richtig guter Versuch gerade Das war nochmal Ich glaube das war jetzt nochmal der beste Versuch Und ich denke dabei Wir machen jetzt noch bis 25 Aber dann höre ich wirklich auf Nein Ach scheiße Nein Nein Komm schon, komm schon, komm schon Nein Ach komm Mann Ich hab den falsch eingeschätzt Der bleibt irgendwie da so links Ich dachte der kommt dann zu mir Aber der kam nicht so schnell Mist Nein Ach ich bin zu aufgeregt Ich bin zu aufgeregt Ach komm schon Ich muss jetzt noch schaffen Ach 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 Nein Ach doch Ich gieß mir jetzt hier Nein Auf Komm schon Du willst auch durch die Tür Du willst es doch auch Auf jetzt Nein Ach komm La lol Ja Ja Ähm Okay Also ich kann nichts tun Also ich kann nichts tun Außer zu Ich kann auch nicht stoppen Was ist jetzt los Bossfight oder was Okay Den sehen wir beim nächsten Mal Danke fürs zuschauen Und tschüss Das ist ja wie ein Midway Habt ihr ja gerade gesehen Wenn ich hier sterbe Dann lande ich hier wieder Das ist wie ein Midway Nice Bis zum nächsten Mal Ja Yeah Bye Bye